Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Nomads. So, da sind alles hier, die sind im Kopf. Zwei Teile. Die packe ich mal so ein bisschen separat, damit man sieht, was da ist. Die sind verstärkter, also auch im 3.2 im Grunde. Oh, nö. Zauber zu wenig Eisen. Oh, ho, 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 ho. Irgendwo Steine nach der Sichtweite hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, das was in der direkten Umgebung ist, das haben wir schon mal mitgemacht. Allein ist noch irgendwas. Ach, das ist nur ein Stock. Sprich Biomasse. Ich glaube nicht. Ich mach da so eine Klammer, die mal kurz mit abbauen. Hier ist ein Kristall, was hat der denn schönes? Das ist was wir auch brauchen, aber nicht jetzt. Das ist erstmal Eisen wichtig. Ah, da sind diese Kuhschafe. Ja, sehen irgendwie aus wie ein Zwischending zwischen Kuh und Schaf. Keine Ahnung, was das ist. Da ist ein Stein, aber ich befürchte mal, der hat kein Eisen. Carbon und Silizium. Silizium. Ich denke mal... Denken wäre nicht schlecht. Wir müssen dringend schlafen. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ach ne, schlafen können wir ja jetzt hier. Gut, ausgeschlafen. Das ist aber auch neu, das sehe ich jetzt erst. Hunger und Durst sind beseitigt worden. Also könnte man sich rein theoretisch, wenn man zu hungrig wird und kein Essen mehr hat, auch da reinpacken. So, was fährt uns da? Elektronik, zwei zusammengesetzte Teile. MK2, da brauchen wir Kobalt für und da brauchen wir Aluminium für. Das haben wir noch nicht, dafür müssen wir erstmal auf Expedition gehen. Aber wir können das Ding ja so weit vorbereiten, ist ja nicht das Problem. Was wir im Augenblick brauchen, ist ganz einfach heiß. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier unten was rauszuholen. Ich werde jetzt gar nichts rausgekriegen. Nicht viel, aber es gibt was. Ich werde jetzt gar nichts rausgekriegen. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter Wasser können wir da noch ein bisschen was abbauen, das funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zehn mechanische Teile. Eins, zwei, drei, vier, fünf Platten. Und da geht uns schon wieder das Eisenhaus. Ich werde noch mal versuchen, hier noch ein bisschen Eisen rauszukriegen. Ich werde noch über двух. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020